Jo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von... Ich hab das Spiel schon wieder vergessen, aber hallo. Morgen. Ich hoffe jetzt meine Map wird's vielleicht. Das würde mich schon erfreuen. Für welche hast du abgestimmt? Für die mittlere. Ja, na klar. Und für was hast du? Ja, für die habe ich auch abgestimmt. Sehr schön. Das hätte auch schief gehen können. Boah, Intuition. Abends hätte ich zwar nicht abgesprochen. So. Ich nehme diesmal... Hier aber alles mit Titten. Alter. So. Genau die richtige Temperatur. Warte, ganz ruhig. Kein Stress. Bin bereit. Ähm. So. Ficken. Nein, nicht dein Ernst, oder? Es waren genau 3, 4 zur Auswahl. Und ich nehme genau den falschen. Gut, bei 4 das ist... Welcher Platz bist du? Fünfter. Oh, du bist doch noch vor mir, Alter. Einen Platz vor mir, das gibt's doch nicht. Ich war doch viel besser. Ja, klar. Leute, ähm. Schlagt mal bitte in den Kommentaren ein anderes Spiel vor, was wir spielen könnten. Pff. Das macht dir einfach keinen Spaß. Ja, möglichst kein so großes Anforderungsbereich. Äh, eins. Damit Pascal's auch versteht. Ähm. Ja. 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 Super Leistung. Ich glaub aus der Folge mach ich lieber nen Zusammenschnitt. He. Hey Leute. Ah, du bist Zweiter. He. 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 Ja, jetzt haben wir wieder zum alten Schema. Genau. Also, genau. Die Folge löschen wir jetzt. Danke fürs Zuschauen. Ne, ich muss hier mal kurz wegen der Codierung auch mal gucken, was hier falsch läuft. Ich hab ne unheimlich hohe CPU-Auslastung. Lassen wir drinnen. Lassen wir drinnen. So, ich beende einmal aber das Spiel mit Gruppe verlassen. So, Leute. Ähm. Danke fürs Zuschauen und so. Wir lassen uns jetzt mal gucken, was aus der Folge hier wird. Ob ich Sehanzugler habe oder so. Ist ja dann auch egal. Aber auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und haut rein. Ciao. Tschüssi.